Hallo und herzlich willkommen bei Game Insight. Mein Name ist Sirius und das hier sind die Daily News. Heute mit den Themen Call of Duty Black Ops 2 Uprising, Dishonored, GTA-Radio-Listen, NASCAR, ganz viele Ubisoft-Themen wie Far Cry Drive, Blood Dragon, was gibt es zum 50k-Special zu sagen, was gibt es eigentlich in der Champions League und bla bla bla. So, erstes Thema heute am Daily Freitag mit Frank sozusagen ist Call of Duty Black Ops 2 Uprising Mafia vs. Zombie. Also ihr kennt das sicherlich, das neue Uprising DLC wird im Moment so ein bisschen mit Trailern vorgestellt und ich werde euch gleich auch noch was vom Zombie-Trailer einblenden, der heute in der deutschen Fassung, also mit deutschen Untertiteln erschienen ist. Black Ops 2 Uprising wird am 16. April für 1200 Microsoft Points auf Xbox Live verfügbar sein. Das sind also ungefähr 15 Euro, sag ich jetzt mal und neben den normalen Multiplayer-Karten gibt es natürlich wieder einen neuen Zombie-Modus beziehungsweise einen Zombie-Modus, der diesmal Mafia-Ikonen behält, beinhaltet und da geht es ein bisschen auf Alcatraz rund. Ich blende euch jetzt mal was vom Trailer ein. Im Mob of the Dead-Modus wird es Zeit für die Mafia, sich den Untoten anzunehmen. Gefangener auf Alcatraz zu sein ist schlimm. Als Gefangener einem Zombie-verseuchten Alcatraz hat man es nur noch schwerer. So, und das ist eben das Grundthema für Mob of the Dead und wenn ihr Bock drauf habt, als Mafiosi gegen Zombies in Gefängnissen zu kämpfen, dann ist das vielleicht genau das Richtige für euch. Weiter geht's mit Dishonored the Knife of Dunworld. The Knife of Dunworld erscheint am Dienstag, den 16. April, also nächste Woche und wird nur 9,99 Euro kosten. Also rund 800 Microsoft Points, falls ihr das für die Xbox-Konsole runterladen sollt. Es gibt dazu auch ein PC-Bundle zusammen mit Dunworld City Trials für 14,99 Euro. Was das beinhaltet, weiß ich jetzt leider nicht. Weitere Informationen sehe ich hier gerade auf www.dishonored.com. Ich blende euch jetzt aber hier den aktuellen Trailer dazu ein oder vollflächig. Das weiß ich nicht. Lieber vollflächig? Wow. So, und da heißt es eben, in the Knife of Dunworld, spricht sich das so aus, vermutlich nicht, spielen sie den legendären Assassinen Daud, den Mörder der Kaiserin, und haben Zugriff auf seine Waffen, Hilfsmittel und übernatürlichen Fähigkeiten. Nach dem Mord an der Kaiserin, durch den das Schicksal Dunworlds für immer verändert wurde, begeben sie sich auf die Suche nach Erlösung. Doch nachdem der Outsider ihnen den Schlüssel zur Buße offenbart, stellt sich ihnen die Frage, wer oder was um alles in der Welt ist Delilah? In Begleitung der Walfänger, ihren treuergebenden Assassinen, führt sie ihre Suche in bisher unbekannte Bezirke von Dunwell. Bla, bla, bla. Ich fand super, spitzen Trailer. Ich werde euch den Trailer unten in der Videobeschreibung wie immer verlinken. Also wenn ihr das komplett sehen wollt, dann könnt ihr das einmal klicken. Ich habe das heute extra nochmal für euch hochgeladen. Damit das ganz einfach eine runde Sache ist. So, ich muss jetzt mal hier weiter bei meinen News suchen. Ja, dann gab es eine News aus dem Hause Rockstar. Rockstar Games News. Offizielle Grand Theft Auto Radio Playlist auf Spotify und iTunes verfügbar. So, das war die unmöglich lange Überschrift der Pressemitteilung, die ich geschickt bekommen habe. Wie kann man so eine Überschrift machen? Reicht da nicht? GTA Musik verfügbar. verfügbar. Naja, es rockt denen nicht genug bei Rockstar. Also das bedeutet ganz einfach, hier steht als besonderes Schmankerl für alle GTA-Fans auf Spotify und bla, bla, bla. Und iTunes könnt ihr eben diese ganzen oder die meisten der Tracks, die in den GTA-Titeln, und zwar in GTA 4, Episodes von Liberty City, San Andreas und Vice City und mehreren anderen. Also da spielt ja immer Musik in den Autos, wenn ihr ein Auto geklaut habt. Ihr wisst schon, Türe auf, mit dem Mikrofon draufkloppen und Auto schnappen und weiterdüsen und so. Und eben das meiste dieser Musik ist jetzt als Playlist auf iTunes und Spotify erhältlich. Also wenn ihr euch genauso wie in GTA im Real Life mal fühlen wollt, mit Mikrofonen auf Fahrer einschlagen oder so, dann könnt ihr euch vorher noch die Musik dabei reinziehen, dann fühlt ihr euch richtig wie im Videospiel. Ob das jetzt wirklich gesund ist, weiß ich nicht. Musik kann ja aber ganz cool sein. Ja, dann hat Activision heute noch ein Spiel angekündigt, und zwar Nesca. Das wird am 1. Mai 2013 in Deutschland ersteinen, und zwar im PlayStation Store, also ein Titel zum Herunterladen. Da bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher, ob das so richtig cool ist. Die schreiben hier, das neue Rennspiel, bla, 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 bringt das authentische, atemberaubende Nesca-Erlebnis direkt ins Wohnzimmer und die ganze Action zu euch und so. So, ich wollte das jetzt nur mal erwähnt haben. Mehr als 40 der Top-Fahrer der Nesca-Serie ist dabei. Also wenn ihr Fan von sowas seid, dann könnt ihr das eben ab dem 1. Mai runterladen. Wenn ihr nicht so ein Fan davon seid wie ich, lässt euch diese News jetzt auch relativ kalt. So, dann habe ich gedacht, ich packe mal ein paar News aus dem Hause Ubisoft zusammen und mache daraus irgendwie ein großes Thema. Und zwar ist Game Insight heute zu Besuch bei Ubisoft in Düsseldorf zum Shootmania Battle. Das bedeutet, da werden Jungs von uns, Fössl und Co., Commander Krieger ist da, wird gegen ein Team von Ubisoft eben Shootmania spielen. Das Ganze wird aufgezeichnet für Ubisoft TV. Ubisoft bewirbt das auch ein bisschen und so. Ich drücke jetzt gerade mal unseren Dunks die Daumen, dass das gescheit klappt. Ich hoffe, Krieger kommentiert das cool und dann wird das bestimmt demnächst auch für euch auf Ubisoft TV, aber eventuell auch auf den Kanälen von Krieger und Co. zu sehen sein. Nette Aktion. Ich war eigentlich auch eingeladen, hatte aber leider keine Zeit, konnte nicht aus beruflichen Gründen aus Wuppertal raus. Und deshalb jetzt allen anderen viel Spaß. So, ähm, andere Themen zum, äh, andere Themen zum Thema Ubisoft. Das ist auch so, ähm, moderationstechnisch von mir total low. Unterstes Niveau, aber im YouTube. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ähm, zum Thema Far Cry 3 Blood Dragon. Da habe ich ja in der letzten Daily News, letzte Woche habe ich ja drei Folgen gemacht, diese Woche nur eine Folge, ähm, habe ich euch ja schon mal so Screenshots davon gezeigt. Und dann ist das Ding dann auch wirklich offiziell, äh, angekündigt worden von Ubisoft als Downloadtitel. Das Spiel ist die, äh, wahr gewordene VHS-Kassette gewollter Trash in Videospielform. Der Traum eines jeden 80er-Jahre-Fans. Also, ziemlich verrücktes Ding ist das, ähm, das müsste jetzt vielleicht gerade hier so eingeblendet worden sein von mir. Habe ich noch nicht auf meinem Kanal hochgeladen, da war ich an dem Tag ein bisschen beschäftigt. Ich verlinke euch das Ganze hier, äh, zum Ubisoft unten in der Videobeschreibung. Ich weiß noch nicht, ob man das hier auch klicken kann. Die meisten von euch gucken es ja eh auf dem Handy. Deshalb, äh, guckt mal in die Videobeschreibung, wenn euch das interessiert. Dann könnt ihr das noch angucken, was das so ist. Da wurde ich heute schon gefragt, ob ich das mal let's playen werde. Ich werde es auf jeden Fall zocken, auf jeden Fall vorstellen, ob ich so ein angespielt mache oder ein komplett durchgespielt. Weiß ich noch nicht, wird aber auf jeden Fall auf meinem Kanal zu finden sein. Dann noch ganz interessante Themen zum Thema Ubisoft. Schon wieder sprachlich total Müll. Ähm, Ubisoft entwickelt die Schlümpfe 2. Ja, okay, das ist jetzt auch nichts für uns. Äh, Splinter Cell Blacklist wird es für die Wii U geben. Ich finde ja generell, dass die Wii U eh zu wenig supportet wird. Wie soll jemand eine Konsole ernst nehmen, wenn andauernd jeder Publisher sagt, Ja, super, aber unser Spiel erscheint da nicht drauf. Deshalb, ähm, Ubisoft supportet das und wenn ihr eine Wii U besitzen sollt, könnt ihr dann demnächst auch Splinter Cell spielen. Und dann, ähm, als letztes Thema hab ich mir dann noch rausgesucht, dass Raymond Legends laut der Entwickler 30 Level mehr bekommen soll. Ich glaube, ich habe schon mal über Raymond Legends aus dem Hause Ubisoft berichtet. Und ich habe auch ein Video dazu gemacht. Es gibt nämlich eine aktuelle Demo davon auf der Wii U. Und, ähm, das Spiel ist Bombe. Ist ein Jump'n'Run-Spiel. Rayman halt hat mir mega gut gefallen. Der letzte Rayman-Titel, den ich, äh, für die Xbox 360 finde, mir mega gut gefallen. Ich finde, wenn man gute Laune braucht, ja, wenn ihr euch mal ein bisschen abseits vom Ego-Shooter-Alltag bewegen wollt, dann auf jeden Fall immer Rayman, Rayman, Rayman. Ich finde, das Ding ist einfach göttlich. Und, ähm, wenn ihr euch da ein bisschen auskennen solltet in der Materie oder meine Daily News guckt, ähm, dann wisst ihr vielleicht, dass das eigentlich zunächst so ein bisschen so als Release-Titel oder als einer der frühen Titel für die Wii U geplant war. Und dass das aber jetzt in den Herbst verschoben wurde aus, ich sag jetzt mal vorsichtig, marketingtechnischen Gründen. Und, ähm, die Entwickler haben aber gesagt, ja, dafür bekommt ihr aber jetzt insgesamt nicht 10, nicht 20, nein, 30 Level mehr neue Endbosse, coole Sachen und so. Und ich bin wirklich gespannt drauf, das wollte ich nur mal erwähnt haben, ist ja nicht alles schlecht. Ich hoffe, es fällt gar nicht so auf, aber ich hab heute irgendwie gar nicht so viel zu berichten. Ich fand, es gab gar nicht so viele coole News. Das kommt mir oft so vor. Ich hab, ich hab jetzt, äh, die ganze Woche irgendwie, verfolgst du natürlich, was gibt's Neues im Gaming-Bereich. Und manchmal siehst du sowas, wo du denkst, oh Mann, wie geil für die News. Und dann kommt so der Tag, wo du dran bist und du denkst so, okay, es gibt Schlümpfe 2 und, äh, Nesca. Und sonst kann ich ja nichts für. Ist halt die Freitags-News, ne, sind möglichst viele Themen vom Freitag. Und da hab ich mir gedacht, Top-Thema des heutigen Freitags ist doch eigentlich, liebe Frauen, jetzt kurz weghören, die Champions-League-Auslosung. Und zwar wird Bayern München natürlich gegen Barcelona spielen und Borussia Dortmund, der BVB, tritt erneut an gegen Real Madrid. Und ich glaube, das wird richtig geil. Ja, da hat heute schon jemand gepostet, so, ähm, die Armen, äh, von Barcelona. Wieso bekommen die den schwersten Gegner? Meinten die damit Uli Hoeneß, der alles totflamen kann und der eigentlich einen super, äh, YouTube-Kommentator abgeben würde? Oder meinten die wirklich die Spieler? Ich weiß jetzt nicht, seid ihr eigentlich so Typen, die nur FIFA zocken und denen das reale Fußball da draußen, also aus meinem Fenster raus, egal ist? Oder seid ihr so Champions-League-Gucker? Ich muss jetzt zum Beispiel sagen, das hat das eigentlich noch was mit Gaming-News zu tun, ich war, äh, auch beim letzten Champions-League-Spiel, äh, Champions-League-Spiel von Dortmund zugegen, wo in der 93. und 94. Minute quasi das 2-2 und 3-2 gefallen ist. Und das war ganz schön, äh, jubelnswert, sag ich jetzt mal. So, ähm, dann kommt ein letztes Thema, was auch nichts mehr mit Gaming zu tun hat, ähm, ähm, und zwar stehen bei mir eventuell, ich glaube es eigentlich nicht, ich kann es immer noch nicht glauben, ähm, ich habe jetzt aktuell so um die 49.500 Abonnenten. Wahnsinn! Für mich. Und, ähm, dann fragen die Leute jetzt immer die ganze Zeit, äh, Sirius, was denn mit dem 50.000 Abos-Special? Und dann habe ich bisher immer gesagt, bei 50.000 Abonnenten schließe ich den Kanal. Und, und ich bin immer noch der Meinung, wenn ich wirklich jetzt bei 50.000 Abonnenten wirklich den Kanal einfach lösche und nie wieder YouTube mache, dann ist das so ziemlich das legendärste 50.000 Abos-Special, über das die Leute sicherlich so ein, zwei Tage lang reden werden und dann ist der Kanal einfach weg. So, ähm, jetzt wäre es vielleicht so, es ist wirklich, ich zerbreche mir schon die ganze Woche den Kopf, was ich machen soll. Soll ich andere berühmte YouTuber fragen, die ich kenne, ob sie vielleicht was Nettes zu mir sagen, ähm, oder soll ich was mit Game Insight produzieren? Oder soll ich mal so ein Real Life machen? Oder soll ich euch, äh, äh, hier machen, äh, Sirius liest aus Büchern vor. Ich hätte hier zum, zum Angebot, äh, das ist das zweite Buch vom Witcher, dann hätte ich Rumo, kennt ihr Rumo? Das ist von Walter Mörs. Und ich könnte eigentlich auch hier was von Josh Bezell lesen, schneller als der Tod. Das ist unglaublich, oder? Ähm, das, das sind meine Alibi-Bücher, um zu sagen, YouTuber lesen. Ich weiß, ihr lest nicht, aber ich auch nicht. Aber so Alibi-mäßig, legt euch einfach ein paar Bücher auf den Tisch, das kommt bei Mama gut an. So, und das wäre jetzt so, soll ich was vorlesen zum 50k-Special? Oder wenn du da draußen, also genau du, ähm, wenn du eine Idee hast, was ich zum 50k-Special mal machen könnte, Döner essen ist bisher mein Favorit, äh, da kannst du das jetzt gerne in die Videokommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal recht herzlich bei allen anderen 49.500 Leuten, wovon jetzt ungefähr gerade vielleicht 1.000 zugucken. Ähm, bedanke mich recht herzlich für euren Support, bedanke mich recht herzlich für jeden Kommentar, der geschrieben wird, und ich bemühe mich, jeden Kommentar zu lesen und bedanke mich bei jedem, der einen Daumen nach oben dagelassen hat. Das war's für heute, bis zur nächsten Daily News und haut rein!